back to the future dem spiel und wir waren in der episode 3 bürger brown citizen brown und ja wenn wir jetzt mal gucken wie es hier weitergeht wow das ist 88 fährt er und dann ist er weg donnerstag 15. Mai 1986 okay wir sind wieder hier und wollten uns mal einen tipp abholen you are learning more and more about hill valley from walking and talking keep it up okay mom mark oh hey mom so what are you out here shopping or something oh shopping we can see how we can come in this part no it's that time of the month for me again oh for my silly titty i'll be publishing the statue all day oh right what's with the golf cart mom now martin i know you're embarrassed to be driving around in last year's model but we really can't afford the 86's yet what about my truck no one owns a truck in hill valley martin are you sure you're feeling okay yeah yeah i just i must have had a really vivid dream last night well i hope your dream world was more fun than this one could you do me a favor i forgot to give your father my time sheet for last week and now mr nosy is convinced that i'm hiding something from him time sheet aren't they annoying but citizen brown always says a scheduled life is a happy life anywho could you be a deer and drop it off at the house here take the car actually i know i know dear love you too i'd give you a kiss but you know what that gets yeah okay then when we first uh yeah sure the type of one of them we'll throw it out of the truck but i guess it'll do we'll go to the house let's see if there's a dad and we can talk with dad what's on the keeping up talking voll der überwachen starten ein spannender ist ein spannender und scheiße du sitzt in der offenen garage wie soll ich nicht davor ein idiot wir müssen uns um anhalten und in den stunden zu dem schnellen ein sammarschern die topik ist die seo und die ins die die ab ein hilf aber lieber zufrieden mann holmes am interesse das klick nur dessen interesse Ja, Zwistreams gleichzeitig lasse glauben, und zwar jetzt Prisonarchitekt und, ach ne, jetzt Prisonarchitekt weg. Fernseher leiser machen. Er kann natürlich auch die Einstellungen ein bisschen runter machen, theoretisch, aber bringt nichts, auf jeden Fall. Ich hab jetzt im Fernseher leiser gemacht, dann haltet nicht so, das sollte reichen. Ich hab jetzt nicht mehr gehalten. Wunderschöne Rationen diese Woche, wenn du deinen alten Mann auslösst, was sagst du? Das ist ein guter Mann. Okay, Dad, wir müssen sprechen. Es geht um mich, ich bin alle Hörer. Also, von bestimmten Dingen, die ich gehört habe, ich verstehe, dass Leute in dieser Stadt die Manni als ein... ...als was? Ein Nerd. Sie haben das gesagt? In so vielen Worten. Just because a boy studies hard and gets straight A's and respects the rules and doesn't party or drink or stay out late and is perhaps a bit socially inept and obsessed with personal hygiene and prefers his rubber band collection to... I really don't want to hear anymore. I'm proud of you, son. I'm trying to understand why Jennifer broke up with me in this time. Aber wir quatschen jetzt einfach mal durch. Was stand der Keeper was talking? Was stand der Keeper was talking? Was stand der Keeper was talking? Was stand der Keeper was the best at MIT? Was stand der Keeper was noch im Flute Heimland? Was stand der Keeper was da? Was stand der Keeper was da? I think so, was stand der Keeper was war. Was stand der Keeper was, was stand der Le협, oder? Are we again in the future? What were you hiding when I came in just now? Das stand der Keeper was a little bit? I don't know what you're talking about, Son? I think I'm talking about, Son? Come on, I saw it. It was a videotape, right? Um, ich könnte dir gerne sagen. Nach allem, du wird bald 18 Jahre alt. Sag mir, was? Hill Valley, unter Citizen Brown. Das ist nicht die entdeckte Stadt, die du glaubst, dass es war. Sie sind schuldig. Das ist nicht eine Kritik von dem großartigen Mann selbst, natürlich, oder seiner sainte Frau, Edna. Keiner hat sich schwer gemacht, als sie, um die größte Techniken der soziale Planung zu unserer Municipalität, aber... Was? Confidentially? Nicht jeder will das. Ein sehr viele Bürger, vielleicht sogar die größte, aktivlich schützt die Frau. Sie natürlich nicht so publisch, natürlich. Aber in privaten... Ach so, einfach hören Sie. Ich sage Ihnen, aber dieses Regime ist eine verrückte Sache. Sie sind alle lachen bei uns in Fairfax. A Toast, der Citizen Brown. Mein Lieblingsgericht. Strucken von Lichtern. Shhh, Agnes! Du bist verrückt. Willst du kommen in die Stadt, Lester? Citizen Brown's about to give another speech. Citizen Brown can kiss my Harry. Well, you get the idea. Sounds like people can't stand what the Browns have done in the Hill Valley. Not everyone. Vielleicht müssen wir das auch noch ändern, dass die Leute mehr zufriedener sind. Does Citizen Brown know? He sure. Whenever I send copies of my raw footage to the Public Relations Department over at the Courthouse, I get a memo telling me how much Citizen Brown thanks me for my service. But how could he see those videos and not do anything about it? Maybe you should take your tapes directly to Brown. Oh, I don't know about that. I mean, sure he might appreciate my bringing these problems to his attention and reward me for my public service, but then again, they say it's never wise to be the bearer of bad news. Why don't you give me those video tapes? I'll take them to Citizen Brown. Thanks for offering, son, but I don't want to get you involved. Citizen Brown won't like what he sees on them, and I wouldn't want you to get the brunt of his displeasure. Not to mention the displeasure of all the folks on the tapes. Once they find out I recorded them... No, I'm not letting these tapes out of my sight. It's too dangerous. I'm not letting them know why. Little Valle has a lot of rules. This certainly does for our own good. Ah, the old PDA law, indeed it is. And what's more violation carries a hefty lack of merit. But you know, it's a lot of people break with surprising regularity. Well, I could show you videotaped evidence, How exactly do people get other people to break it? On second thought, perhaps I shouldn't show you the videotaped evidence. Public kissing is illegal, right? Ah, the old PDA law, indeed it is. And what's more, violation carries a hefty load of demerits. But you know, it's a law people break with surprising regularity. Why, I could show you videotaped evidence. How exactly do people get other people to break it? On second thought, perhaps I shouldn't show you the videotaped evidence. Hmm. Something on your mind? What's the deal with the house, Dad? Don't know how to tell you this, son. But while you were away at your mathemagic competition, our house got slapped with the CZ-36 violation. What? I know, it's so embarrassing. Your mother's mortified. She works so hard to keep a clean house, but those dust mites are so hard to keep down. Wait a minute, we can't go into the house because of dust mites? Well, not until they send in the cleanup crew. This is ridiculous. Thank goodness they let me move my office out here into the garage. Well, I'll leave you to your snooping. Supervising, son. Supervising. I'll leave you to it. Right. Hey, Numeric. Hey, what for? Insufficiently poly... Greetings, programs. LeBrock 2.0. Anatomical constructs for sciences of all sorts. It's boring. Hey, what's my guitar doing out here? Your mother and I convinced you to give it up, remember? Rock and roll music is frowned on by the Brown administration. It sets a poor example for all the kids who look up to you as a model of studiousness and moral gravity. Hey, besides, you're not very good. Oh, right. Okay. Good morning, Mr. Brown. Please, address me as a citizen of Brown. Let's go back again, right? What's the problem, citizen? Oops, wrong number. Let's go back again, right? Okay, okay. Welcome to Soup Mo, where Soup is just... Oh, it's you. This better be important, McFly. Leech? Was that Jennifer? Well, A, it's none of your business. And B, seeing as she ain't your chick no more? Yeah. Okay, now this timeline is really pissing me off. Where are the free samples? Here. I keep them behind the counter. Let's go for shimmy. Oh, God. If you puke, you're cleaning it up, wuss. I can't finish this. Not my problem. What are those things? Those are the liver and peas with soy cheese hot dogs. Ew. You and me both, brown noser. Why are the samples behind the counter? I can't leave them out, dude. There's a DOG running around town, and he keeps going after the sample tray, knocking them all over the ground. A dog? Wait, these samples haven't been on the ground, have they? Jeez, McFly, relax. They're fresh. Mostly. Most of them. You and Jennifer? Really? Oh, is the poor little nerd jealous? Oh yeah, and a little disgusting. That's probably the soup. See ya. I'll see you later. I find he's too garbage. Ah, the dog. Hey, hey, there's that mangy. Go get him, McFly. Ah, he's got a wonder allergy. Ah, he's got a wonder allergy. Ah, he's got a wonder allergy. Oh, man. Here was no one. Here was no one. Pinheads, huh? Figures? Give me that. Vielleicht müssen wir da noch irgendetwas anderes mitmachen. Was ist das hier? Ziegelstein. Kann man da ein Ziegelstein rausnehmen? Das ist ein Hottokprobe. Er muss hier irgendwo schlafen. Du bist da, Reinie? Oder wasser dein Name heute? Das ist nicht so. McFly? Meine Spray-Can? Oh, heh. Dork. Unives Okay, also müssen wir ... Dein Hund irgendwie schnappen. Jetzt müssen wir hier nach hinten ... Wo kann er schlafen? Däcität meinträchtigt mich von hier zu verlassen. Däcität meinträchtigt mich von hier zu verlassen. Däcität meinträchtigt mich von hier zu verlassen. Ich hoffe, dass du hier bist. Das ist nicht ein signer von ihm. Er ist immer da links unter dem. Scheiß. Wir machen das jetzt mal schnell. Dirt. F***ing Dirt. Wo kann ich schlafen? Dann müssen wir nämlich Feuer machen mit ihm. Bleib dran jetzt, Junge. Wo ist alles? Nicht ein signer von ihm. Du wirst nie geraten, wo der Hund sich versteckt. Das ist ja klar. Wenn der Hund doch nur... Spuren. Das ist nie die Idee. Vielleicht kann ich das Brett einsprühen. Es würde besser blöd sehen. Es würde blöd sehen. Es würde blöd sehen. Es würde blöd sehen. Dann können wir dem Hund die mit dem Maulkorb abnehmen. Und dann klicken wir da vorne. Fragen ob man da gratis proben. Und den dann weg. Und dann kommt der Hund und schnappt alle. Und er kriegt Ärger. Und... Ich weiß nicht, woher uns das hinfällt. Irgendwann müssen wir ja noch die Videotipps abholen von Papst. Und dann müssen wir... Die ja noch irgendwie zum Cedis von Brown bringen. Und der muss dann noch unser Ding reparieren. Unser... Dolorien Zeitmaschine. Jetzt sind wir im Geschäft. Wie smart warst du, nicht ich? Oh, nicht so sein, Aini. Ich habe dir einen Schraub für dich. Attaboy. Jetzt halten Sie noch. Siehst du? Ich bin nicht so ein schlechtes Mann, richtig? Oh, okay. Ich glaube, ich habe dich gewonnen. Ich wünsche, dass sie alle so einfach waren. Okay. Fuck. Oh, Rainies, Rainies, Hilfe! Back, down, sit, play dead! Officer Parker, so do that beast at once! Einstein, sit! Einstein? Oh, if he bites me, you'll be in a world of trouble, citizen. Wait, I know that creature. Officer Parker, that's the stray that keeps escaping the kennel. I thought he was muzzle. I took the muzzle off. You what? That's right, he's my dog now. Citizen, you are in violation of Statute 357K. Parker, demerit this hooligan at once. I'll return this creature to the kennel. Yes, ma'am. Filthy, wretched beasts. Don't worry, Inie. Once I fix all this, you'll be back with Doc and romp it through time. Stay out of trouble, unless you want a visit from Citizen Brown. All the good賬s will get out of the sky. All the good賬s will get out of the sky. All the good賬s will get out of the sky. All the good賬s will get out of the sky. So, we have to do it in the lower range. Now I will do something for a little bit. Verge it, Hummer. If it doesn't look for him. wird ich habe ja nicht mit dem ich hier beobachten kann was ist der problem everything's perfectly all right now we're uh we're fine we're all fine now thank you how are you Das war's für heute. Mom? Mom, bist du wieder ein... Drinker? Don't be silly, dear. Booze ist illegal, du kennst. Ja, Mom. Es ist nur das Dad mentioniert. Your father. Warum? Ich kann nur nicht weg von seinen Augen aufbauen. Immer spüren, immer beobachten. Du? Du beschäftigst dein eigenes Geschäft, George! Jetzt, Lorraine, das ist für dein eigenes Geschäft. Ich weiß, dass du ein secret von mir hältst. Es ist mir für mich. Dad, Mom! Mach es weg, zwei. Jetzt, du hörst hier, junger Mann. Das ist ein Thema adulte zwischen deinem Mutter und mir. Dad, ich weiß, aber dein Weg nicht funktioniert. Du musst ihr hier ein wenig Platz geben. Huh? Wo ist sie? Mom? Aha! Ich wusste! Was ist das in deine Hand? Rum? Gin? Ein Wein-Kur? Für deine Informationen. Es ist Brass-Kleiner. Ich habe hier ein Job zu machen, du kennst! Lorraine? Nein! Lorraine, ich versuche dich nur zu schauen. Du kennst den typischen Problemen, die wir in uns kommen? Was ist das Problem, citizen? Ja, ich habe ein Double-Double-Animal-Style mit Fries und eine Diät... Das ist es. Es ist kalt ein Emergency Intercom für eine Grunde. Ich brauche dich für einen SCR-300. Gehe deinen Demerit printout bevor du gehst. Entschuldigung! 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 Mom? Entschuldigung! 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 Wir fragen jetzt noch mal nach dem Flachmann und gucken mal wie noch mal die Reaktion ist. Das ist eine Art von Sting-Operation. Huh? Wo ist sie? Mom? Aha! Ich wusste es! Da! Was hast du gerade gerade geschaut? Das war eine Art von Früten-Liquur! Es ist eine Spray-Bottel von Simple Orange für das Klinik, das ich versuche zu machen! Lorraine, ich bin sorry. Es ist nur, dass du so kagelhaft bist. Keiji! Vielleicht bin ich, als ob ich nicht alle Zeit schreit bin. Nicht alle Zeit, Lorraine! Ich bin zu ihm, Keiji! Ich bin zu ihm, zu ihm, zu ihm sagen, dass er persönlich vorbeikommt. Dann machen wir hier George Bezittlung. Hä? Bisschen mit Mohi? Was ist denn mit Mohi? Du kannst mit Mohi... Mohi? Was ist denn Mohi? Du kannst mit ein bisschen Mühe Teile der Statue erreichen. Schwing das... Ah! Oh! Was ist passiert? Was zur Hölle schaue ich mich an? Ja! Ich sehe doch hier einen Schatten. Ok... Ah, ich bin vorhin. erzähl mein Vater ist jetzt nicht wach! Oh! Martin? Ah! War das ein Flask, Mom? Flask? Du bist wachsend? Ich bin... Ich... Es ist okay, man. Ich hab dich gleich wieder neu gefangen. Entsicht wieder? Bssch... Und wenn man erstmal drin ist, äh... Mein bis zum Back-to-Future geht so relativ schnell, wie ich glaube Der Vater und Frau sind weg. Und dann dein Vater wird ihn verletzt mit den Monitern und rausgekommen. Ich nehme den Flasch. Der Vater hat nichts zu wissen. Oh, danke, mein Lieber. Ich kann nicht die Sonne face mit deinem Vater über das. ich muss mir jetzt auch mal erstmal ein bisschen was zum essen machen die frikasseh mal raus graben weil es ja jetzt passieren zeig ja nicht die guckt weg nehmen wir mal den flach moment in Ordnung Bad Boy du hast den Fuse jetzt musst du nur noch geschnappt werden an dem Hof so Parka Filz stunden er sagt sie wissen eine Position über keinen Schmutz bis sein die Ich wusste, du wärst nicht gut, McFly. Wichtig gute Zeug haben wir. Typisch besser als Frikassee. Ja, vielleicht irgendwann mit Nudeln. Können wir kurz vorwärts den Lektor und einfach mit dem bereit sein? Jetzt! Officer! Demerit ihn! Ja, was geht denn da ab? Was geht denn da um Shut up? Shut up! Shut up! Martin McFly, hi! Oh nein! Der echte Martin McFly ist hier! Hi Chris! Willkommen zu Dicker Flachmann! Geil, also der echte Martin McFly ist hier! Geil, Alter! Ich komm aus Berlin! Shit, shit, shit! Noch, noch, noch! Ja, sorry, ich muss grad essen. Ich habe nämlich die letzten Stunden, wie du auf meinem Kanal siehst, 24 Stunden Livestream vom Prisonarchitekt gemacht. Oder, äh, also aufgeteilt auf jeden Fall, 24 Stunden, ich habe auch zwischendurch eine Pause gemacht. Aber ich komm aus Berlin, woher kommst du denn, Martin McFly? Ja, du kannst dir einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo. Falls du lustig bist, musst du aber nicht. So, jetzt zeig ich ganz viel... Oh, jetzt zeig ich hier, du hast mit Jennifer geplaudert, sie... Okay, also muss ich jetzt wieder... Wollen... So... Muss ich nämlich die wahrscheinlich in der Öffentlichkeit noch küssen? Äh, ja, woher kommst du denn? Kommst du auch aus Berlin? Kommst du aus Bayern? Kommst du überhaupt aus Deutschland? Auch aus Berlin. Geil! Und auch, äh, äh... Griesheim? Sorry, ich muss jetzt mit ihr quatschen. Geil, Alter, geil, 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 geil. Ja, sorry, ich muss jetzt hier mal kurz für gleich essen. Geil, Alter, geil, geil, geil. ich es war nur die Händen zu gehen die Kuh vorwarten die Wien Nürnberg wo es lecker und Stilf und Führerschen die Stärken die Striebe um und von der anderen tipps und geil stimmt ja sie mal gitarristen spielen vor ihrem bisschen gitarre wahrscheinlich kriegen sie den damen drum rockmusik ist ja auch nicht erlaubt in öffentlichkeiten dann küssen wir sie noch und dann müssen wir eigentlich fast durch sein mit der episode aus marzahn also ja marzahn cool ich bin 25 25 jahre alt 20 jahre alt ein bisschen durch dadurch dass ich jetzt die letzten paar tage den letzten tag wie ein blöder pustlechentag gezogen das war mit sieben stunden an eben gefängnis dann ist zu pleitieren I know, up to now. Gib mir die Gitarre. Mom drink wieder. I have kind of trouble. And besides, the way you play guitar, you're only gonna drive her further open. Go ahead son, do your worst. Onkel Ben Treist is aber nicht so geil. Mit Frigas hier. Schmeckt auf jeden Fall kacke. Das ist okay. Okay geil. Jetzt haben wir die blöde Gitarre. In 4 Tagen kommt ja auch Watchstock 2 raus. Da bin ich auch wieder am Start. Folge uns schon. Watchstock 2 zuletzt playen. Was spielst du noch? Ähm. Naja, ich hab Mafia 3 durchgezockt. vom Tag vor Release. Oder vom Tag vor Release halt angefangen mit dem Let's Play. Ich hab auch ein Boxing gemacht von Mafia 3. Von der Collectors Edition, die ich habe. Ähm. Ich zocke Fallout 4. Zocke Resident Evil Teile. Äh. Ich bin ein großer Dark Souls Fan. Hm. GTA. Und Battlefield. Call of Duty nicht so. Dann kannst mich auch gerne adden. Dein Light hab ich leider nicht nehmen. Chris. 1 zu 7 heiße ich auf der PS4. Also Dein Light hab ich äh. Äh. Auf dem PC immer gehabt. Das halten wir mal illegal runtergeladen. Um zu gucken wie es ist. Und ob das halt läuft auf meinem Rechner. Oder auf meinem Laptop. Ich hab mein Laptop. Und ähm. Hat funktioniert und dann hab ich's mir gekauft. Dein Light ist wirklich geil so. Und das hätte ich gerne für die PS4 nochmal. Ähm. Ähm. Das war geil ja. Aber das könnte ich theoretisch auch noch spielen. Aber ich hab halt noch ein ganz ganz wenig Geld momentan für ähm. Für Mikrofon und so. Für den Laptop. Dass ich mir halt wieder vernünftig ähm. Kopfhörer und Mikrofon und alle Töro. Weil das ähm. Bei Macapulia. Und wenn ich das wieder hab dann kann ich auch wieder äh Laptop Let's Place machen. Sozusagen. Ah. Was ist das passiert? Ähm. Dauertet noch ein bisschen. So. Und wir wollten ja jetzt hier weiterspielen. Martin McFly. Geil dass du hier. Eines hatte das. Sonst ja. Sonst habe ich halt viele Dings ins. Ich hab mir jetzt äh äh. Dadurch dass ich mir ähm. Watch Dogs geholt hab. Ähm. Ich bezahl ja immer nur die Hälfte. Also ich bezahl ja 35 Euro. Oh ja. Das ist richtig. Für 70 Euro sozusagen. Ich bezahl ja immer nur die Hälfte von 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 den neuen Games. Oder generell von einspielen. Die es äh für die Playstation oder für den Laptop gibt. Und ähm. Und ähm. Kannst du hier eine Add in Dying Light hab ich auch. Aber wie gesagt nur auf dem Laptop. Und äh da hab ich. Okay eine Kopfhörer. Check this out. What? You swiped your big brother's guitar? Is that supposed to impress me? It's not my brother's. It's mine. Yeah sure. And you play it for me. Only you don't have an amp. Oh yeah. That's right. Okay. Braumverstärker. Man kann's hier einfach nicht einfach so. Achso. Geil. Check this out. What? You swiped your big brother's guitar? Is that supposed to impress me? It's not my brother's. It's mine. Yeah sure. And you play it for me. Only you don't have an amp. Oh yeah. That's right. Pathetic. Yeah? Okay. Ja? 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 seit dem ersten achten mit dem im so oft vorhatik halt nur so um die sich in drei let's place im größten Teilzeit Laptop Rechner sagen die sie so ist manchen die sie und die die Mannschaft für ein paar 10 Minuten laut und bei der Bildung wer bist du überhaupt und das Wort wenn ich so habe ich was hätte von so Jennifer die in den Knie Ich bin nicht. Also hast du dir einen neuen Guitart-Spiel? Was kann ich sagen? Ich bin eine Frau, die ein heißer Lick empfiegt. Ja, ich erinnere mich. Komm schon, Jennifer. Niemand in der Stadt spielt Guitart wie ich. Ich spreche von Guitart-Elektrik Guitart, Martin. Ich werde ehrlich sein, das Ukulele muss gehen. Ich kann jetzt spielen mit deinem Lüster-Bögen jeden Tag der Woche. Du bist so stolz, um in der ersten Basis zu kommen. Du sagst, die erste oder die vierte? Ich gebe dir zwei und eine halbe. Aber zuerst musst du prüfen, dass du besseren Fingern hast als Leech. Du bist bereit, um es zu spüren? Ich war es bereit. Du hast eine Guitart? Ich kann nicht nach Hause ohne ihn. Hold' ich. Du kannst auf meine Tür auf jeden Fall. Hold' ich, wir haben eine Stimme. McFly? Was war das hier? Er sagt, er kann dich ausgleichen. Ich sagte ihm, niemand in der Hell Valley ist besser als du. Willst du es prüfen? Ein Ring, ein Rock? Nicht ihn zu schrauben. Er zeig ihm nur eine Lehre. Okay. Ja. Jenny und Jennifers Rüstung bewegen. Na. Jahr. Ja. vimos gut. Achso, er macht das denn nach. Oh, ich liebe Frigassee, Alter. Ohne Witzung, du bist voll gut. Wenn nicht schon 31, wie bekommst du so einen Rabatt? Kann ich dir jetzt hier nicht erzählen. Dann kann ich dir vielleicht mal in der privaten Party erzählen. Aber das ist ein einfacher Trick. Es gibt verschiedene Seiten, wo du Rabatte kriegst, wenn du Spiele kurvst, sozusagen. Und dadurch, dass ich schon eine sehr, sehr große Anzahl an Gamesy Kurves habe, krieg auf dieser Plattform halt einen großen Rabatt. Und dann gibt es halt natürlich noch so Sachen wie, du kannst drei Spiele kaufen, sozusagen, und bezahlst halt nur zwei. Und wenn du dir dann halt drei Vorbestellungen holst für 70 Euro, dann kriegst du halt einen YouTube sozusagen. Punkte, wie diese Payback-Punkte von Rewe oder von Penny. Kennst du den Shit? Wenn du da eine Kurve gehst, kriegst du ja immer so eine... Fragen die dich haben aus dieser Karte. Und wenn du die Karten hinnigst, dann kriegst du diese Punkte. Und so krieg ich die Punkte, die du geschrieben hast. Das ist eine österreichische Internetseite und da bestelle ich mir halt die Games. Und ähm, dann gibt es noch den anderen Trick, der natürlich total easy ist und darauf bist wahrscheinlich auch schon gekommen. Wenn ich, äh, man gibt nicht alle Spiele, wenn ich manche Spiele haben will, zum Vollpreis oder vorbestellen will, die ihn halt nicht gibt. Vor allem, weil ich gerne die Collectors Edition hole oder die Deluxe Edition für 100 Euro und so'n Blödsinn. Mach ich gar nicht. Ähm. Dann, äh, kannst du, kann ich einfach, äh, PS4-Sharing und teile halt einfach, das Spiel sozusagen, ja. Also, ich, ähm, biete sozusagen an, dass jemand anderes das Spiel auch spielen kann, wenn er mir die Hälfte von der Mädchen zählt. Und, äh, mein Bruder ist da meistens eh immer dabei so, denn mein Bruder teile ich mir immer die Games sozusagen, deswegen bezahle ich eigentlich von vornherein schon nur die Hälfte. So, ich muss mich mal hier... So krieg ich den Rabatt. Aber ich kann dir, äh, gerne auch mal privat, äh, die, die Seite schicken, wo du, äh, wo du, äh, die Hälfte und so alle kriegst. Ähm, kannst du einfach mal, äh, googeln. Müsstest du eigentlich schon von alleine finden. Ich will jetzt hier bloß nicht, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie rechtlich das so aussieht. Weil Österreich ja auch ganz alle Spiele verkauft, die, äh, theoretisch in Deutschland indiziert sind. Und ich damit altkriege, bald ankertes. Und, äh, dann hab ich noch einen guten Kumpel von mir, der betreibt einen Gameladen. Und, äh, das ist ja natürlich noch so diese Top-Notch-Ding. Das liegt da auch noch ein bisschen Leute, äh, 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 à la Front habe, à la Vossenfront. Was such ich denn jetzt? Warte mal, ich such jetzt hier irgendwie, äh, auf die Plattform klettern. So, jetzt klettern wir, klettern wir hier hoch. Und, äh, ihr könnt euch gerne abonnieren, würde mich mega freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich, äh, hab ja eh nicht so die, mega Fans hier auf YouTube oder irgendwie mega Abo zahlen. So, anscheinend bricht das blöde Holz nicht. Hm. Schnörkel, wir machen jetzt mal Schnörkel. Ja, ich glaub, das einzigste, was... You cut my cord, you asshole. Somebody shoulda cut it a long time ago, McFly. The winner and undefeated champion of Hill Valley. Claim your prize, champ. Hm. Fuck. Hm. Well, back to work. See ya, loser. I can't believe you'd let him get away with that. He totally broke the rules. There are no rules in Rock and Roll, Martin. That's why a guy like you shouldn't compete. Mhm. Okay, also müssen wir jetzt nochmal machen. Machen wir auf. Hm. Ja? Du hast dein Light für die PS4? Echt jetzt? Da hab ich jetzt, äh, 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 mein Bruder wollte nämlich das... Spiel auch mal zocken. Und der hat aber nur eine Playstation. Und, ähm, okay, du hast das aber wahrscheinlich als CD-Version, wa? Ja. Und als CD-Version, ähm... Ja, okay, ja, klar. Ich will einen Re-Match. Mein PS4... Amazono. Amazono mal vorne. Hauptspiel plus Dingsums. Gameware. Ne, 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 ne. So, warte. Wir müssen mal die Konzentrieren. So, hier ist der Verstärker. Hier muss ich so'n Schnörkel machen. Warte. Gero condition. остав wennicht... Geroem. Geroem. Ge Oy. Geroem. Ich muss halt wahrscheinlich wirklich an dem Verstärker unter Irgendwut machen. Ich hab Deadlight. Deadlight hab ich mir geholt. Deadlight war mein erstes Playstation 4 Spiel. Ich hab die Playstation 4 von meiner Freundin zum Gebotsache gekriegt. Dann hol ich mir Deadlight und weil ich dachte, es ist ein geiles Spiel, ist es auch mal nicht. Du hast Dying Light wirklich für die PS4? Kannst du mir davon mal ein Foto machen? Alter, echt, weil ich find's nicht auf Amazon. Okay, das hast du als PS4-Version. Du hast eine sehr gute Seite, ist auch Games-Only.at. Fängt dir auch empfehlen. Da hast du wahrscheinlich dein Leid her. Nämlich auch aus Österreich. Das ist auch eine gute Seite. Ja, die haben auch diese Tauschhandel und so. Da kannst du Spiele einschicken. Und bezahlt sie nur 9 Euro. Ähm, das ist auch sehr geil. Kann ich auch nur empfehlen, hier auch öfters vorbeizugucken. Weil hier sind Titel, die man nicht auf dem Schirm hat. Ähm, ich muss hier mal weg. Hi, hi, bin jetzt gut. Hi, POZ. Ähm, 50 Euro hast du bezahlt für deinen Leid. Tja, ähm, keine Ahnung, ich wollte halt immer einen Spendestream machen, dass, äh, oder irgendwie mal so einen Stream, irgendwie, dass die Leute mir spenden, dass ich mir neue Games holen kann. Aber das ist total schwer, weil die Leute, die mir zugucken haben, meistens noch weniger Geld als ich selbst. Ähm. Der lässt mich halt nicht an seinen, seinen Verstärker, du musst halt an seinen Verstärker, dann kann ich die, äh, einfach mit Kabel durchsneiden und fertig ist. Nee, man, nicht in den Verstärker, in Richtung seinen Verstärker. Nee, man, nicht in den Verstärker. Okay. Hey, você ist unterwegs und wo du zurückstiegst? Wir haben gerade einen gehabt. Ich baue dich. Wieder. Wasse nicht. Well, das war Spaß. Ich will gerne dich später noch mal sehen. Das versteh ich nicht. Ich hab dir da jetzt gemacht. Okay. Schaut schnell rüber und haut doch keinen. Wenn du den Lidscher zu bringen kannst, deinen eigenen Verstärker mit bestoßen kannst du. Okay, stimmt. Und alles klar, also muss ich ihn dazu bringen. Seinen Verstärker umzustoßen und stoße nämlich die Eimer ab. Die Eimer um. Und dann zwingen ihn darauf zu gehen. Und dann lasse ich ihn springen, weil ich auch springe. Und dann fällt da runter, bringt sich alle Knochen und ist tot. Und ich hab endlich meine Freundin wieder zurück. Und alle sind glücklich. Ja, außer er. Natürlich. Er ist natürlich nicht glücklich. Er ist totes. Aber, naja. Jetzt hier tot ist auch eine Art von Glücklichkeit. und wieder ruhen. Ja, dann ist er eigentlich glücklich. So. Gut, dass wir nicht geklärt haben, Leute. Gut, dass wir nicht geklärt haben. So. Einen Luftsprung soll er machen, damit er hier seinen Tisch etwas stärker umschmeißt. Genauso wie ich. Genau. Perfekt. Hm. Einfach. Ist ja einfach. So. gut. Ich kriege in die Erneversichtung. Und knetter hier auf die Plattform. Liebe Fritasse. Trink schon mal Salz. Und so. Und jetzt ein Hüpfer und jetzt ist er weg. Gut. Martin McFly. Das war... Das war... Das war total großartig. Was kann ich sagen? Einige Leute haben es und einige Leute haben es nicht. Hm. Oh. 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 Hooliganism. Delinquentität. das ist die Zwiebelstrafe das gibt es noch eine dritte ja ich würde mir das auch herholen und ähm wie gesagt, könnte ich mir für die PS4 Dining Lake runterladen dann hätte ich es mir wahrscheinlich jetzt auch geholt und runterladen da hätte ich gleich heute ein Let's Play gemacht, damit du zugucken kannst aber ähm muss ich mir erst das Österreich bestellen jetzt wahrscheinlich hier nicht und ich habe es auch noch nicht bei Mediamax oder so gesehen deswegen dachte ich, die gibt es halt nicht für PS4 im siebten Himmel ja hey jennifer you still angry with me angry? nah ja 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 Was kann ich dir klar machen, Digi, meine Video verkauft. Ach, echt? Ja, Digi. Die Videotheken war ich schon ewig nicht mehr. Das ist voll krass, da sind noch Videotheken hier bei dir. Bei mir an der Warschauer Straße hier, äh, haben die Videothek rausgenommen. Es kommen eher hin hier, obwohl die riesig war, obwohl er jetzt vor die riesen Pornoabteilung... Aber gut. Wahrscheinlich ist es bei der Osti, die Videothek... Ich will mal, als Sie sehen. Ähm, keine Scherze aneinander. Komm in, Citizen. Das wäre cool, wenn du mir das klar machen könntest, äh... Ich kann dir der noch überweisen oder so, ich kann dir auch hier jetzt meine Handynummer mal reinschreiben. Scheiße, ne, das ist ja nicht mehr eine neue... Oh, die fängt nicht aus dem Kopf, Heifusel. Ja, äh, äh, Martin McFly, äh, du hast mich ja ge-edit auf der Playstation 4, du kannst das, äh, äh... Oder die, die Vollversion mit allem... Schütt drum. Da würde mich sehr freuen und da würde sich mein Bruder auch bei dir bedanken. Mein Bruder ist nämlich... Wollte das Spiel nämlich auch schon zocken. Da würde mich sehr bedanken, was ist jetzt hier los. Na los, X hier. So, erstmal ins Bliffi drehen und dann jetzt weiter. Dann jetzt weiter im Alltag, Alter. Irgendwann kommt da auch noch mal eine Frau nach Hause. Und der wird auch noch gechillt. Und bringt auch noch gute Dope mit. Und dann wird Gotham geguckt heute Abend. Gotham, Leute, die zweite Straße von Gotham zu Ende, ne? Ich bin voll aufhängen, ich hab mir auch gleich erstmal alle Badmatch-Spiele geholt. Die zu ebt, für die PS4. Irgendwann, okay. Let's get through this nonsense so I can set you straight. You'll set me straight? Explain. Und das wäre richtig geil, Diggi, wenn du das klar machen könntest. Äh, kennst du, kennst du Lauschangriff? Ach ne, du wohnst in Marzana, kennst du Lauschangriff? Nicht wahrscheinlich. Es ist nämlich so eine kleine, äh, ja, ich sag mal, Bar, wo wir halt immer freestylen und so, das Open Mic. Und so. Äh, Martin McFly, äh, ja. Vielleicht zeigt ja... Ich hab am Mittwoch was. Oder... Don't let the lady you. Ja, Don't let the lady you are. Don't let the lady you are. Dann wirst du von welchem Lager, ich bin. Ja, Leute, warte mal kurz hier. Ich, äh, muss hier kurz mal... Das, was you've turned into, it's all wrong. You're supposed to be a scientist, an inventor. Was ist überhaupt nur in einer Damen-Chat, oder? Oder rede ich hier mit mir alleine? Ja, ich hab mit... Mit 16 mein erstes Album rausgebracht, weil ich du liestet. Ja, nein! Oh, oh, oh! Du fragst immerhin, oder Mode, wie verhungern die Idole, bist ne Ethy wie die lose Benelite, ohne Droge, denn ich miete ohne Probe, und verdiene meine Kohle, denn ich liebe jede Strophe, wenn ich Tiefe daraus hole. Ähm, ja, ist schon so alt, der Text, Alter, zehn Jahre und ich hab ihn noch drauf. Da ist, glaube ich, das einzigste, was ich noch weiß von dem Album. Ja, ich Freestyle, ja, ich hab ja auch Rap gemacht und mein Bruder ist ja auch der berühmte, berüchtigte Dr. Dave. Kann ich dir hier im Video rein? Warte mal, guck mal, eigentlich hab ich viel Bock mehr, mich mit dir, Martin, vielleicht zu unterhalten, als er hier das Spiel zu spielen. So, nichts ist da, wo ich herkomme. Okay, warte mal. Ja, du musst halt YouTube zusammen schreiben. Wenn du das einfach so kopierst und drin haust, dann müsst ihr das ja auch schon wählen. Oder ihr könnt ja einfach mal bitte das euch drin ziehen. Das ist so das Lager, wo ich herkomme. Musikalisch und, äh, ich würd mal sagen, gesellschaftlich auch. Mit den Leuten versteh ich mich relativ gut. Oh, nur für die Hölle davon, ich glaube. Ähm, ich freue mich natürlich immer, wenn ich so ein paar Leute noch begeistern kann, sich das auch anzuhören. Äh, ich hab natürlich nicht nur Freunde, die Rap hören, sondern auch natürlich ganz viele Freunde, die alle anderen wirklich ein Scheiß hören, musikmäßig. Vor allem auch sehr viele Metal-Freunde. Metal-Leute. Und das ist geworden. Cool, hab auch Beats gemacht und gewappt, geil. Ja, bei mir, ähm, bei meinem Beats-Typ, also mein Beats-Typ, mit dem war ich mega befreundet, ja. Eine ganz lange Geschichte, eine ganz dumme Geschichte, alter. Der hat früher bei uns gewohnt und so und hat dann irgendwann angefangen, meine Eltern zu beklauen und so. Ähm, was Kacke war, so. Dann hab ich ihn rausgeschmissen und wir waren dann immer noch befreundet, aber das war schon alt angeknackt. Dann hat er mal bei mir in Lichtenberg gewohnt. Ähm, da hat er auch richtig Kacke gemacht und dann... ...hab er bei mir woanders noch gewohnt. Und da hat er mir dann die Etiklaut und das abgehauen und hat mir Freundschaft gekönigt und so richtig esse. Und der hat eigentlich den Beat immer für mich gemacht und der ist weg. Und seitdem er weg ist, äh, Rappet nicht mehr, oder hab halt keinen Beat so wirklich. Wie gesagt, durch Studium und so halt auch viel zu tun. Außer jetzt, wenn ich mir ein bisschen Zeit hab. Aber, äh, wir haben uns ja ja geendet, Martin McFly. Und ja. Wo sieht's aus? Wie lange geht denn jetzt? Wirklich schon eine Stunde, Alter. Ja, ich kann dir auch mal mein Album schicken. Das ist aber jetzt... Wie qualitativ mit sie ist wahrscheinlich voll am Arsch. Ich bin Sonny Crockett. Ich bin dein. Obviamente, da war eine drastische Fehler in deinen sozialen Verhältnissen. Ja, ich verstehe nicht. Nein, ich verstehe nicht. Aber ich will, ich will, ich will, um zu sehen, um zu sehen, um zu sagen. Und weiter zu sprechen. Gucken wir uns mal ein paar Sachen noch hier an. Also wenn wir jetzt weitermachen, dann haben wir den Part gleich, die Episode gleich durch. Du hast immer noch das Film-Ticket bekommen. Ja, ich verstehe. Memento von meinem ersten Date mit Edvard. Ich habe ihn zu sehen. Ach, stimmt. Er war ja mit ihr einzig im Kino. Ja, was ich heute schreibe, ist von der Qualität, von der Qualität auf jeden Fall viel besser, als von der Quantität, die ich damals hatte. Damals hat er so viel geschrieben, weil er am Tag 16 Texte geschrieben hat. Und ich habe, äh, das Geilste ist, ich habe noch eine Datei von damals. Muss man rechnen, die ist en oder zwigierweit groß. Und es ist eine Word-Datei. Es ist eine Word-Datei. Es ist nur eine Word-Datei. Die ist ens oder zwigierweit groß. Unglaublich. Und da sind einfach nur Texte rum. Ähm. Okay, take a look at this picture of Einstein here. The dog, harboring dangerous animals is a municipal offense. Wenn du mir nicht klar machen könntest, dann würde ich mich sehr freuen. Ich könnte dir dann auch meine Adresse mal schicken, wo ich genau wohne. Äh, von meiner Base, theoretisch sozusagen. Operationsbasis. Ähm. Wenn du rausfindest, wie teuer das Spiel ist, äh, könnte ich dir theoretisch, könnte ich mir deine Daten schicken. Und dann würde ich dir aufs Konti überweisen. Und Online-Banking sozusagen würdest du dir sehen. Und könntest du dann gleich, ähm, per Post losschicken. Die Sache ist halt natürlich, dass ich den gefährlichen Part habe. Weil, äh, ich kenne dich nicht. Und ich würde dir Geld überweisen, ohne dass ich hundertprozentig wüsste, wo du wohnst und ob du mir checkst. Aber, ähm, sie würde mir sehr vertrautvoll kommen, zeig jetzt nicht dafür, dass du mich verarschen willst. Verarschen wüsstehst. König ich nicht diese Lupe angucken? Aquarium. Hey, this is your fish tank. Yes, that is my fish tank. It looks much better without all the bacteria. What? Edmund just had a clean. Yeah, but in 1931 it was full of bacteria that we used to make rocket fuel. Remember? I, uh, bizarre fantasy life. Go on, proceed. Aber er hat doch... I can't tell if it's a guy celebrating a touchdown or chained up in a gulag. The glass is half full Marty. Sorry. So, wir gehen mal kurz raus. Wird doch mal kaum was machen. Ähm, ich hab mir heute auch, äh, für, für den Zehner, äh, 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 hier dieses... Beyond Two Souls und so, falls du den Aufpack hast. Sorry, mein Handy spinnt rum. Also, was da ein bisschen an, Digga. Fuse2, danke für den Abo, äh, für den Daumen nach oben und den Abo. Ähm, freut mich sehr. Ähm, das hat hier schon ein bisschen voran geht. Ah, vor allem mit den Leib, aber ich hab tatsächlich für, dass die Zuschauerzahlen immer so ein bisschen ausbleiben. Warum, weshalb, wieso, wenn nicht fragt, ist doof. Ich brauch noch mehr Erinnerungspunkter. Sozusagen. Machen wir mal kurz den Mikrofon aus. Wenn was los ist, könnt ihr ja schreiben. Aber ich werd nur kurz rauchen. Weil ich draußen bin, ist wahrscheinlich zu laut für euch. Ich hab noch mal mit den Mikrofon aus. Ich hab noch mal mit den Mikrofon aus. Ich hab noch mal mit den Mikrofon aus. Das ist keine Art. Das ist keine Art. Das ist eine gute Gitarre. Geh, Doc hat viele Fälle. Ich habe keine Zeit, um diese zu überprüfen. Ich werde nur auf dem, was auf dem Display ist. Wow, das ist cool. Der Geräusch, das ist... Es ist irgendwie lullend. Genau. Warte, was war ich? Was ist das so? Was ist das so? So, did you ever actually see Frankenstein? Move on, Mr. McFly. Come on, Doc. Don't you remember Einie? Move on, Mr. McFly. I can't believe you held onto that fish tank for 50 years. Move on, Mr. McFly. Check this out, Doc. It's all your notes about the flux capacitor. Your greatest invention. All right, I've never done it before. The handkerchief is far too short. So, what have you written? The game was already sold out, but I'm looking for something for you out. You can make a party later. Uh, my friend comes around 18. It's 18. So, I'll just flip through it once, Doc. It'll explain everything. I'd prefer to keep our focus on the world around us rather than the artifacts of your constructed fantasy world. Right in the book away, Martin. Come on, Doc. Don't you remember Einie? Move on, Mr. McFly. Move on, Mr. McFly. Something about that clock looks familiar. We don't seem to be able to warn you. I can't believe you're on your mind. Just let me talk. I'm sure I can convince you. Fine, fine. But show, don't tell. Hm. Something about that clock looks familiar. Das ist kein Weg wie eine so gute Gitarre zu behandeln. Es ist besser, wenn ich das an mich an alle Zeiten stehe. Du von einunddreißig? Hör auf mich an! Meine ganze Leben hat sich an die praktische Technologien für eine soziale Gesellschaft effizienter und ordentliche. Es ist ein Fakt. Du kennst es besser, nicht wahr, Emmett? Ich bin falsch. Siehst du diese Bildung? Ich schaue es bei mir, um mich an den Moment, als mein Leben wurde klar. August 25, 1931, das Tag, dass ich einzigartig verabschiedet habe. Die Stärkung der Hill Valley. Zigartig? Und nicht einzigartig, das Tag, dass ich die Augen der Stricklande sah. Meine scientifische Musik, der Liebe meiner Leiter. Schau mal. Was du hier sehen? Da ist ein junger Mann, der seine Zerstörung versteht. Das ist nicht was ich sehe. Was sehen Sie? Im Hintergrund, du musst jetzt wahrscheinlich die Lupe nehmen. Hallo? Das hat sich so viel haben. Oh. Oh. Ja, auf jeden Fall sehr lieb, wenn du da was raussuchen würdest und ähm... Ja, so 30 Euro für eine Objekte für das Game. Nummer 1. Failed a mischreitete Contraption mit der Tendenz. Ansonsten... ...machst du da keinen Stress an? ...machst du da jetzt keinen Kopf machen, so... ...das kann ich mir bestimmt die Lupe nehmen, oder? Ja... ...das pior ist. Es wäre glaube ich! Das könnte es nur die 현재 Printenden in der existence sein. Ich hätte nicht, das könnte es nur die einzige Printenden im存- ...dann er sein. Was wäre das? Ich glaube, es wäre! Was wäre das? Es wäre ich... Und du! Und du! Die andere du! Es wäre ich! Und du! Aber wie? Sonny? Es ist unmöglich! Nein, es ist Wissenschaft. Du bist Wissenschaft, Doc. In diesem anderen Welt, von dem du sagst du, bin ich... bin ich glücklich da? Sehr glücklich. Du hast zwei großartige Sons. Sons? Ja, und eine fantastische Frau. Nicht, Regna. Nicht sogar in dem. Und deine Invention. Doc, du kannst du woher, du willst. Du bist der glücklichste Mann im Universum. Und was über Hill Valley? Hill Valley? Du wißt du, dass es Probleme hat. Ein bisschen der Erdbein hier, ein bisschen der Krieg dort. Es ist eine normale Stadt. Die Leute sind glücklich. Und sogar wenn sie schuldig sind, sie sind nicht schuldig wie sie in deinem Hill Valley. Stop! Es gibt keine Menschen in meinem Hill Valley. Mach mich schuldig. Du wirst wirklich nicht glauben. Meine Bürger führen die Leben der Ordnung und Frieden. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Nur weil sie Angst haben. Geiss, öffne deine Augen, bitte. Du und Edna haben sie alle terrorisiert. Das ist Frau Brown für dich, Sonny. Doc. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Wir arbeiten für über 50 Jahre, meine Frau und ich. Every waking moment zu Hause kommen zu RBecause. Keine Angst. Keine Angst. Und du glaubst, dass unsere Bürger nicht glücklich sind? Ja, ich glaube. Ich habe gesehen. Sie sind einfach zu Angst, die zu sprechen. Angst? Angst? Angst, was? Ich bin Angst, von den Konsequenzen von ihren Aktionen, Doc. Du schlägst diesen Ort wie ein Polis-Stick. Nein, ich kann es prüfen. Okay, dann, Zeit-Travel-Boy. Du machst das. Und wenn du das machst, werde ich deine Wild-Storie als nur das. Eine Geschichte erzählt von einem Mad-Man. Und ich versuche, dass das beste Träte ist einfach, um die Insanität zu gehen. Aber es ist klar. Also, ist das Interview vorbei? Soll ich... gehen? Bitte. Ich bin sehr beschäftigt. Ich habe keine Stadt zu gehen. Okay, aber ich werde zurück mit Proven. Ich habe mir eine Hand auf einigen Waffe zu gehen. Doc wants proof, dass der Hill Valley nicht ein perfektem Ort, wie er denkt, dass es sein wird? Ein Schraub火. Das kommt schon weiter. Dad! Ich habe ihn gebläht. Ich habe dich gleiche an. Ich habe dir darüber nachg 봅. Ich glaube ich schliess mich hier ein Moment in mir. Ich verrasz mich von meiner Schraub. Bell, nichts. Jemand dich zbehacht zu tun. Du mich zahst? Das ist das. Das ist unmöglich. Wir nehmen große Freude in dem Fakt, dass Inzidenz der physischen Verwalt in der Hill Valley haben zu virtuellen... Ah, ah, ah. Wer hat das? Kannst du mir sagen? Das kann nicht passieren. Es muss eine Klühe rundherum sein. Wie die Jokas Händen sind auf jeden Fall weg. Das ist nicht einer unserer Bats, ist es? Nein. Nein. McFlye benutzen nie Aluminium Bats. Ich bin überraschend. Oh, warte, nicht auf dich. Das ist Beweis. Von was? Oh, warum würde jemand so etwas tun, um ein guter Sektor-El-Sitizen wie ich? Was ist die letzte Sache, die du erinnerst? Ich war hier sitzen, kopierend eine andere Szene auf meine... Meine Tape. Meine Tape? Was ist mit meinen Tape? Bleib ruhig, Dad. Sie sind auf dem Boden? Siehst du sie? Sie sind in einer Boxen, mit dem Bildschirm. Was ist mit dem Bildschirm? Dank heavens. Wait a minute. You see, I told you you were just jumping to conclusions. All these dark suspicions about thieves and attackers went all the time. It was just empty. What? There's no tapes. But I'm sure they were in there before. Before whoever it was whacked you in the head and took them. Oh my gosh, I've been mugged. Mugged in Hill Valley? They can't get away with it. Oh! Don't worry, Dad. We'll get to the bottom of this. Who? Who could have done this to me? Who wouldn't want Doc to get this straight dope on Hill Valley? Edna! Are you saying I was mugged by the mayor's elderly wife? Um, not exactly. No. Oh, it's no use. The tapes are gone. All I can do is hope against hope they don't surface and land me in trouble. Come on, Dad. We can't just give up. And then the episode is over. I mean, maybe there's some more clues around here. What's the use? Even if we find out who took the tapes, we're not going to be able to get them back without... Attracting attention to ourselves. There's gotta be something we can do to get our hands on those tapes. Well, we can make new ones. We can? Sure. It may take a while, but if you're willing to help your old man out, it shouldn't take us more than, say, six months. Six months? But I need those tapes now. You need the tapes. Uh, what I mean is... I gotta give it to Citizen Brown. I told him I was gonna furnish him with proof that Hill Valley isn't as happy as he thinks it is. And I was in his office, just before I came here. You had an interview with Citizen Brown? It wasn't easy to get it, believe me. It was all kinds of rules. You've been breaking... I'm going to get out of here, or what? With this shit, let's play. I mean, we're almost... That is the most far-fetched story I've ever heard. It's true. Yeah, so before you're here, somehow, I know your history. Yeah, well, the history has changed. Prove it. I don't have to go out on the topic, I'll try it again and that's it. So, I mean, I can definitely do this probably at the 11th, 12th, and until then... I don't want to annoy whoever is on the other end of that thing. I've got to find that videotape. Meinst du, the videotape is here? I don't believe it. It's here, it's somewhere. It's very simple. But I'm sorry, we're playing the episode for so long, until we've been through the shit episode. Maybe we'll just find a tip, there's only one... Okay, I'll just show you my penalty points. Good idea. Read him and weep. The merits, but it's the only way. I don't understand. Dad, listen to me. I mean, really listen. You and I both know that things aren't right here. Citizen Brown might have started with good intentions, but his Hill Valley's just made everybody miserable. Shhh. You said that to him? Basically, yeah. Dad. Oh... There go our privileges. No, wait. I got him to listen, Dad, and he's gonna make things right. For you and Mom and all of us. I can't explain how. You're just gonna have to trust me on this. Okay... But first I have to show him your tapes, to prove my point. Oh, no. No, 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 no. Dad. The scheme of yours. Maybe you know what you're doing? I can't say. But leave me out of it. Dad. I don't like trouble. I can't handle it. It's not in my jeans. But... It's your civic duty. Doesn't Citizen Brown always tell us to keep our noses clean? And that's what I plan to do. Think your family. I am. And I don't want to see my family relocated to Sector X with all the other hopeless cases. Do it. I don't want to see your father. My father? Yeah, Arthur McFly. I know his name. Didn't he have something to do with putting away Kid Tannen, you know, way back when? Yes. Yes, he did. Where do you hear about that? It was way back, before Citizen Brown cleaned up the town. Before I was even born. Everyone lived in terror of Kid Tannen and his goons. But Dad stood up to him. He had evidence of Kid's guilt. He had a lot of trouble. Never be afraid to do the right thing. What do you do? I'm trying to remember which is the right feed. Feed to what? To the surveillance camera, the one in the yard. Wait a minute, wait a minute. You have a surveillance camera trained on yourself? Of course, gotta cover all bases. Help me figure out which monitor I'm on. That doesn't look right. Oh, wait. Ah, das ist nicht so. Da, das sieht wie wir. Also muss das Tape auf... ... dieses VCR. Das muss vor dem Atacke sein. Ich erinnere mich, die Hände von Playback auf 5.30 Uhr. Der Atacke könnte nicht sehr lange sein. Das ist Biff. Biff? Das ist nicht so. Das Programm hat ihn so leid als ein... ...kitten? Ich kann es nicht verstehen. Das ist nicht die Art, die er zu tun hat. Aber auch der alten Biff würde nie... Was ist das wunderschöne Flaschen auf seinem Brust? Mal schauen. Ich wusste, dieses Zoom- und Enhanced Feature würde kommen. Es kostet mir ein Bundle auf dem Hobby Shop. Ah, klar. Es war doch Biff. X11. X11. Nicht noch. Vielleicht sind die alle fernig steuert, Alter. Das könnte sein. Sind die alle fernig steuert. Ich hätte das ein Daumen und ein Abo da, wenn ihr schon mal auf meinem Kanal seid. Und check das aus, Alter. Da kommt Mama. Du musst gehen und bieten mich auf den Punt. Das ist richtig. Du zwei hast alles ausgelöst. Ich habe ein paar Business, die zu betrachten. Oh, oh, oh. Settel da, da. Du hast meinen Vater verletzt. Wir haben hier ein Problem, die Bürgerinnen? Oh, nein, 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 Officer. Ein bisschen verstanden. Ich bin sicher, dass wir das tun können. Right, Mark? Sure. Okay. Ich weiß, ob du ein paar Hilfe brauchst, Herr Tanner. Jetzt schauen wir, ob wir auf den Bordern. Ja, wir schauen. Jetzt haben wir ihn. Wieso musst du diese blöden Bänder finden, Alter? Wenn du meinen Vater nicht verletzt hast, dann wo hast du die letzten paar Stunden? Ich war... Ich war... Was? Das ist verrückt. Ich erinnere mich nicht. Was ist das letzte, was du erinnerst, bevor du deine Erinnerung verloren hast? Er hat also einen Film, was er hat. Ja. Das ist das, was ich immer nochmals gemacht habe. Ich habe einfach zu移st ein bisschen Bologn zu einem kleinen kleinen Schwirr, als Frau Edna kam. Edna? Ja. Sie wollte eine Diagnostik auf meine Citizen Plus watch machen. Ich hätte mich zu schlafen oder so, weil sie es geschafft hat, eine Stunde später kam. Und dann deine Mutter kam. So the last thing you remember before my dad got beat up is Edna fiddling with your watch? Yeah, that does something for that, doesn't it? Yeah, that does something for that, doesn't it? Bitch, your watch. Does X11 mean anything to you? X11? Is that a new band or something? Yeah, I don't go in for that new hippity-hoppity stuff. It's not a band, Biff. It's a mode on your Citizen Plus watch. Weird. I've never seen it look like that. Jack, I can barely get this thing to stop blinking, you see? Cool. I didn't know you could do that. Biff? Okay, that's weird. Where's my dad's tape? Decycling bin? Could you do me a favor and go get my dad's tape? Hey, Mr. Tanner. What's up? Uh... Is that McFly kid bothering you? Uh... Hey, you can't go in there! Hey! Whoa! Uh... Holy smokes! What happened to him? I don't know. No one's ever jumped into the decycling bin before. Well, where does it go? That information is above my pay grade. Oh, jeez. I'm in a lot of trouble now. Don't move a muscle McFly. I gotta go tell Citizen Brown about this. I've got a really bad feeling about this. Well, here goes nothing. Oh, Brinder. Look at myself. Oh my gosh, ma'am. Did I do something wrong? Did I do something, Mr. Tanner? I put a lot of work into honing you as the first Citizen Plus. What on earth possessed you to assault a police officer and dive head first into the decycling bin? Did I do all that? Lord, I thought your father was dim. No, really. I don't remember doing anything like that. The last thing I remember, I was showing that nice McFly kid my watch, and then I'm down here and you're yelling at me. McFly? McFly? Stricklin. Oh, hi, Martin. Give me the tapes, Edna. Mr. Tannen, please restrain our guest. Stop. Stop. Oh, no. Now I can't understand the clock. Come on, Biff, step out of it. Come on, Biff, step out of it. Come on, Biff, step out of it. Biff, isn't that the license plate to your car? Sheila? Tannen, focus. Hey, look over there. It's beer. Beer? What's going on? Biff, howard Tannen, obey your programming. You see, Mr. McFly, thanks to the enhancements I made for the Citizen Plus program. I can bring even the most rabid dogs to see you. Okay, we have to see here. Pornos. Look, girly mags. Girly mags. Where am I? Tannen? I didn't go behind my namby-pamby husband's back so you could wallow in your vices. I'm... How? So much vice and disorder. And to think... Biff, are those your favorite cigars? Cubans? Cannen, listen to me. Biff! 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 Was? Was? Oh, Mama! Tanen! Geh auf, du unbefaltiger Schlacker! Komm schon, Edna, gib dem poor Jörg einen Ruhigen! A Ruhigen?! Du bist wie mein Wisch-Wasch-Husband, immer versuchen, zu finden das Gute in den Menschen, dass ein paar Menschen nur so schlecht sind. Vielleicht, aber das gibt dir nicht die Möglichkeit, sie zu zömbien. Jetzt, gib mir meine Eltern, damit ich... Du sagst, dass die Zömbien, während du mit meinen... Zömbien! Was? Komm schon, Utopien sind Fragile Dinge, Herr McFly. Es hat echt Kakao, doch. ... Hm... ... ... ... ... ... ... ... Oh, bitte, Emmett. Du wolltest das nur so viel wie ich. Erinnerst du? Wenn wir nur jemanden sagen können, um zu bleiben, und so helfen, dann würde sie niemals wieder auf eine Well-Manikurte-Land schrauben. Das ist das, was Citizen Plus macht. Es macht die Regeln unbreakable. Ich habe nur die wenigsten Veränderungen gegeben. Wir werden nicht diese Diskussion hier haben. Aber... Okay. Vater, was habe ich gemacht? Ich bin sicher, dass er mich nicht für all das bliehen würde, Doc. Er war so glücklich, wenn ich meine Kindes-Dreven in favor des Edna's mehr praktischen Beziehungen. Du bist jetzt stolz auf mich, Vater? Was? Doc, nicht so schwer auf dich. Diese Helle-Valle ist vielleicht ein bisschen verletzt. Okay, ein bisschen verletzt, aber du hast nur versucht, Menschen zu helfen. Oder war ich einfach entrannt wegen der Herausforderung der Menschen zu transformieren, wie so viele Chemikalien? Entschuldigung für Edna, Doc. Sie sah nicht so schlecht in 1931. Nein, sie war nicht. Als wir zuerst haben, sie war so spirituell, prinzipiell, kompassionlich. Wann habe ich sie verloren? Ah, genug zu verletzten. Was ist getan ist getan. Es ist Zeit, um nach vorne zu schauen. Vielleicht, aber vielleicht nicht. Was? Was? Ihr notebook, von der anderen Zeitlinie. Nicht diese Verletzungen wieder. Schau, du kannst es nutzen, um die Zeitmaschine zu reparieren und fixieren, damit es nicht passiert. Jeder kann sich zurückgehen, wie sie sollte sein. Du, Edna, Jennifer, meine Eltern. Doc, du sagst mir mal, wenn du dein Geist anst, kannst du alles machen können. Das machen. Das machen. Es gibt viele Pferde. Die einzige, die du brauchst ist hier. Der Fluxkompensator. Der Fluxkompensator. Der Fluxkompensator. Ah, deswegen sieht es so aus. Martin, das, das kann funktionieren. Der Fluxkompensator. Es wird Zeit, natürlich. Aber wenn es fertig ist, wir haben alle Zeit in der Welt. Haha! Doc? Martin, wir müssen uns wiederholen. Komm schon! Wir bringen Einie zusammen. Der Fluxkompensator. Der Fluxkompensator. Ja, natürlich. Wir wissen, ich liebe Fluxkompensator, bevor wir Edna kamen. Du sagst nicht. Okay. Ich gehe jetzt und starte, preparen ein Lab. Edna wird furchtbar, aber... Who cares? Wir haben eine Zeitmaschine geschlossen. Was ist das, Einie? Ich bin McFly! Ich bin McFly! Ich bin McFly! Hey, Biff, bist du okay? Ja, ich bin okay. Better als ich seit langem bin, du kennst. Also, du kennst... Das Wich macht mich machen? Ja, sie wird was kommen zu ihr. Niemand sagt Biff Tannen, was zu tun. Niemand. Hey, ich bin der Typ, der dich rausgebracht hat. Wirklich? Weil ich nur ein Punker, der dachte, es wäre lustig, dass ich mich nach einem Schrauben zerbrechen. Ja, Biff! Bleib. Alright! McFly! Oh, crap! Alright, McFly! Time to race the music! Base! It's... Base the music! Idiot! Ich hoffe, dass ich nicht aus einer Rock. Was das supposed to scare mich oder was? Auf geht's! Ja, Huhn! Ahh! outward her aus! Ja, ich bin sicherballot und freu mich! Ich verimpfte dich aus! Die letzte Höhle. Jetzt haben wir noch ein Stück. Oh, fuck. Schade, aber nicht, dass ihr das Glück gehabt habt, auch wenn ihr nicht wahrscheinlich alles verfolgt habt. Aber danke auf jeden Fall für zugucken. Und wir sehen uns im Proveniment. Wir sind in der vierten Episode und mal kommen wir weiter hier, weil ich, kann man jetzt nicht warten, ich muss weiter spielen. Wenn man Zwischenöffnung sollte erreichen. Es ist so ein bisschen schrecklich, wie devotiert er zu mir ist. Du musst mir glauben, Jennifer. Diese ganze Stadt ist verrückt. Und Citizen-Brown und ich sind die einzige, die das zu schützen können. Für uns. So. Guck mal nochmal hier. Ich will erstmal kurz den Kommentaren antworten. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu der vierten Episode. Bis gleich, liebe Leute. Ich will, liebe Leute. Ich will, liebe Leute.